Der Teil von einem späteren Stadium ist, was wir hier sehen können. Wenn ich das vergrößere, dann werden wir hier innen die Zahnpapille sehen. Die sind hier die Odontoblasten, diese Breite, das ist hier Prädentin, aber wir sehen hier auch die Tomsfasern, die sind diese dünnen Fortsätze der Odontoblasten. Das ist hier Dentin, schon etwas mineralisiert, Schmelz hier und die Ameloblasten, Intermediäre so, ne? Okay.